Oh, hier ist wieder Gas unten. Nee, da will ich nicht hin. Aber hier unten ist noch was rechts zum holen. Nein, bei Sudoku und bei Bijouled bekomme ich garantiert keine Panikattacken. Nein? Da wäre ich nicht so sicher bei dir. Hier muss ich spontan entscheiden, ob es heute noch Dota gibt. Hey, Felix wollte noch Auto-Chess spielen. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ich bin nämlich ziemlich müde. Also Dota, Auto-Chess ist nicht Dota. Naja, willst du auch noch Auto-Chess spielen? Du hast jetzt ins Gas geschoben. Weil ich in den Tod bin. Was, du stehst noch hier? Jetzt bist du tot. Nein, weil es ein Idiot ist, hat sie gesagt. Nicht, weil sie tot ist. Naja, aber tot und Idiot ist da fast dasselbe. 100% Idiot. Was machst du da? Das Explosive fast weg, weil das gefährlich ist. Schießt ja immer nur eins letztes Mal. Ups. Fertig für wen? Für alle. Für alle. Für euch. Du hast es mit dem Körper rüber geschafft, Lumi. Ja, ich bin tot. Ich weiß. Vor allem brauchen wir sie hier wieder. Ah, was fällt denn hier? Wow. Machen wir hier nicht fertig. Ich muss nach dem Spiel jetzt echt erstmal was essen. Dann isst doch was. Nach dem Spiel. Ja, dann isst doch was. Mehr einen Autotest. So. Sind wir sicher mit dem Autotest? Der Ben hat gar keinen Lust auf Autotest. Ich habe nicht gesagt, dass ich mitspiele. Der Felix wollte. Achso. Muss ich nicht mal mitspielen. Ich bin jetzt echt auch nicht ein Autotest. Und jetzt Benni, was will ich euch mitmachen? Nee, ey, dann gibt's kein Autotest. Tschüss. Benni, was wolltest du jetzt da drüben? Äh, du musst dich glaube ich da dranhängen, wo du da draufstehst. Das ist das einfachste. Weil dann kannst du es nämlich genau. Und Lumi muss es weiter. Planke, Lumi, Planke. Wir müssen hier, irgendwo ich stehe, muss es hin. Was stehst du denn? Über deinen Kopf. Äh, ich stehe über dir. Weiter nach oben. Weiter nach oben. Irgendwie bin ich auch über dir. Nein, weiter nach oben, weiter nach oben. Und die Planke nach rechts runterlaufen lassen. Nach rechts runterlaufen. Das ist links, das ist rechts. Ja, etwas höher. Etwas höher. 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 Etwas höher. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Hey, schieb mich doch nicht weg, lass es doch einfach so. Warum bewegst du sich denn die ganze Zeit auch? Ich hab's nicht bewegt, die Kamera ging nach oben. Ist egal. Hat sich ja nicht. Dann hab ich automatisch die Maus mit. Klar, wenn man das mit Maus spielt. Tatsächlich hab ich, äh, einen Wiener Schnitzel momentan. Ich hab Schnitzel im Kühlschrank. Was gut safe ist. Aber eigentlich älte ich das in der Fastenzeit nicht. Cool, ich hab's wieder abgekühlt. Toll. Es brennt. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Oh, Moment. So ein Feuerball, Junge. So ein Feuerball. So ein Feuerball. So ein Feuerball. Der kann ja nicht so an die Stelle packen, wo die ist. Oder nicht auf der Planke stehen. Moment. Jetzt. Felix. Felix, du bist gefragt. Ja. Bei dem Schalter. Die Frage ist, was der macht. Achso, das sind die letzten rüber zu holen. Okay, das ist vollkommen irrelevant, weil das nur die Dinger hier. Bin ich fast noch drauf gegangen bei der Aktion. Das war mir fast schon klar. Das sieht nach Gegnern aus. Oder auch nicht. Äh, also ich glaub wir müssen dann da runter, oder? Ja, aber ich guck grad, ob hier oben noch irgendwas ist. Achso, hier ist noch was zum Lesen. Ja. Ey, sonst sagt ihr immer, dass ich ruhig sein soll, aber es wär auch schön, wenn ihr manchmal ruhig seid. Hui. Ich hab nie gesehen, dass da was zum Lesen war. Tut mir leid. Es geht nach unten, auf jeden Fall. Ich hab das Gefühl, Lumi ist... Lumi wollte grad leveln. Hab ich verpasst. Aha. 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 Ich hab die kutsche Zähne verpasst. Oh. Ich hab's auch verpasst, dass Felix immer weiter gesprintet ist. Ich bin nicht weiter gesprintet. Ich hab da gehangen. Ich wusste nicht, dass es sofort instant weitergeht. Ich hab da nur mit meinem... Wolltest absichtlich, dass wir es nicht sehen. Dass wir keine Freude haben in diesem Spiel. Ich glaub, das kann ich nicht machen. Ich glaub, das kann wirklich nur der Zauberer. Benni? Was soll ich machen? Benni? Hm? Oh. Da. Habe ich ja perfekt getroffen, Kappa. Ja. Was soll ich machen? Seit wann redest du in Chat-Emojis? Ich rede schon ganz oft im Chat-Emojis. Also Kappa hab ich noch nie von dir gehört. Oder? Kappa hab ich noch nie von dir gehört. Ich sehe. Oder? Kappa hat er letztens im Discord gesagt und ich hab mich gefragt, was soll das? Hm. Das mit dem Hammer war nicht durchdacht. Ja, irgendwie nicht. Ich glaub, das muss Felix lieber machen. Hm. Ja, zwei, drei, Trap weicht natürlich aus. Werde mir das Ding an den Kopf? Oh, du hast es aber schon gemacht. Die Kamera, Benni. Ja, bei mir geht die Kamera nicht dahin. Das wächst zwar, aber ich sehe, bei mir geht die Kamera nicht dahin. Nee, aber bei Lumi, wenn die... Äh. Da ist ne riesen Spinne übrigens noch. Ich hoffe, ihr seht die. Nee, ich glaub, wir müssen mal hingehen und mal probieren, was da passiert. Alter. Scheiß Blatt. Ja. Äh. 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 Ja, ganz gut. Ja, voll. Nice. Nice. Wir haben also ausprobiert, was da passiert. Und du hast auch ausprobiert, was da passiert. Sehr schön, geh ich nochmal zurück. Ich wollte mal gucken, ob ich vorbei sprinten kann, aber mit Sprinten ist da nix. Hier gibt's keinen Sprint in dem Spiel. Lumi, die wärst mit zweien übereinander, anstatt nur einem. Hab ich einer nicht? Einfach. Ne, einer reicht nicht. Nicht für mich zumindest. Also für mich reicht das. Ne, du kannst nicht oben... Bäh, ich bin zu fett. Was, ich kann mich oben festhalten? Ah, was? Ja, du kannst nicht oben festhalten. So, so, so. Wenn du runterfällst, bist du ja instant tot. Ist so. Aber du hast mir gerade das Leben gerettet, weil du vor mir gestorben bist. Warum meine ich nicht wieder? Ich bin ja oben, also, ich weiß nicht, wo ist das Problem? Ja, komm, mach dich nach rechts. Ups. Da haben wir wenigstens der Kohl. Ja, cool, sind wir alle wieder hier. Hat er das schon halb geschafft, weißt du? Aber nein. Wieder links runtergerutscht. Ja, ja. Ups, ne, wir sollten nicht alle gleich zu verplatten. Okay, das ist so dumm. Komm, Lumi, opfer dich. Okay, lass uns jetzt mal machen. Ich finde das lustig. Das hat jetzt jeder schon einmal gemacht. Warte mal. Man kann doch bloß eh mal drauf springen, dass es... Das geht nicht gut. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Ich bin zu fett. Halt. Jetzt komme ich hoch. Cool. Lumi, kannst du mir mal eine Flanke machen? Wo willst du denn hin? Na, nach links am besten. Nö, 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 nö. Fiese Spinne, geh weg. Ja, danke. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Wir hängen da drin. Nein, 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 nein. Oh, Mann, oh. Oh, Mann, oh. Ich guck euch zu. No, no, oh. Ich hab ein Sammler-Gemälde gefunden. Oh Mann, oh. Hälfte, nein, nein, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lass sie Spinne, lass sie Spinne. Was mache ich denn jetzt? Kann ich wechseln? Nix, sterben. Ihr seht mich jetzt bestimmt. Sterben. Sterben. Was? also es erinnert mich richtig an independence day was sollen wir zu sterben ich will nicht sterben erinnere ich mich müssen wir nicht selber springen sehr gut hast du gut gemacht sei froh dass es leider checkpoint ist wir gehen aber jetzt geht das gesicht guck mal wie er tanzen kann wir tanzen kann oder was nein mann ich will noch nicht gehen ich bin doch nicht zu spät ich bin unfähig ich bin mir helfen hier unten die mir habt ihr so ab ja ich mache nicht nur dreck und lehren dann kann ich nicht mehr hoch springen doch komm schon einfach nur noch auf die quatsch hinzupacken ich bin einfach um guck mal ich weiß dass ihr so an die seite kommt bestimmt dann hoch ist ein bisschen niedriger musst du erst mal da auf das andere springen wenn ich bin jetzt dagegen dankeschön da kommt mann hoch erinnert mich an die stelle und ich weiß warum ja jetzt ist nochmal lang so echt absolut so gefällt kann man hier irgendwie ich hab's geschafft so noch hell ich hab's geschafft so noch hell ich glaub meinen schwein ich immer die sache auf den kopf krieg von lumi hier frisst das hallo meine sachen bringen sich immer nicht um dicker nur die gar nicht springen kann wenn ich was im kopf ist das scheiß ich wollte so schön in den hinteren schieben hast du gerade jung gesagt so geht es aber nicht umbringen ja und das beste ist ich werde jetzt demnächst wenn du das nicht schaffst du hast meine leiche rumgeschoben bei mir ich kann sie nicht aber ich kann sie nicht mit meinen kräften schieben louis hat nur dreck und dein leben ehrlich jetzt kann ich den dafür wenn ihr hier nicht richtig du bist aktiv am behindernde mitspieler ich habe hier schon den nächsten check von welchen sie was zu ziehen kannst du mal dran ich mache euch ein paar kisten die helfen könnten ich mache euch ne blank für die bestimmt hilf die oh guck mal ich habe hier auch ne blanking gemacht äh ne kiste hin gemacht du weißt gar nie was du machst hilf die? ne nicht so wirklich glaube ich guck mal du kannst übrigens die sachen auch hier dort einhaken ne ja genau guck mal um ihn wir haben es geschafft trotz behinderung wiederum ohne meine freundliche unterstützung werde ich halt fünf meter weit gekommen links oben ist noch was jungs ja links oben nicht rechts ne ich habe hier gerade goblins halt ne also ich glaube ich verstehe den namen sonofell nicht son-no-fell 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 son-no-fucking-hell son-no-fell 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 son-no-no-fell 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 Da, da, oder? Habt ihr ja gescrochen? Benni, geh da weg! Soll uns das explodieren? Nee, hab gemacht hab. Ich hab trainiert. Und jetzt wird mir alles. Ich bin ja bestimmt nicht rechtzeitig da, ne? Wie ist die Katze? Probierst du aus? Ah, du musstest das oben einklemmen. Kannst du irgendwie oben hin und eins von den Fässern dort rein tun, dazwischen? Ja. Wenn ich grad da gehangen hab. Ja. Einfach das Fass nach links schieben. Ein Stück, das es dort reinfällt. Ah, ah. Schiebst doch einfach nach links. Schiebst? Ja, bieten. Oh, dies? Kannst du es nachziehen? Nee, du hast halt ein Stück nach rechts schon geschoben. Der Zauberer wäre einfacher. Ja. Das ist halt tot. Ach. Nicht mehr. Irgendwie muss man übrigens gar nichts einkleben. Können aber so durchlaufen. Ah, da. Ich komm schon wieder nicht hoch. Ich sterb hier schon wieder. Ich hab's gesehen, das Spiel hab ich schon mal hin. Bist du schon wieder da, oder? Ja, aber ich sterb grad schon wieder. Ich bin abgerutscht. Ich komm hier nicht hoch. Ey, Leute. Das ist doch kacke. Ey, wo kommst du denn nicht hoch? Ich bin runtergerutscht. Ich bin da, wo wir vorn waren. Dann drück escape und return to last checkpoint. Nein, ich will das jetzt schaffen. Okay. Kann man nicht sagen. Wir machen schon mal weiter, ne? Tschüss. Ja, ich will das jetzt schaffen. Das ist schlecht, Lumia. Also ich bin jetzt grad, ne? Ich komm schon hier irgendwie. Jetzt bin ich tot. Na, jetzt bist du trotzdem hier, siehst du. Ja, cool. Du bist noch nicht. Ich mag hier unten gezielt, ja? Ja, wir waren ja auch dort noch nicht. Wieso? Du bist grad an der Stelle wo wir noch nicht waren. Ich bist grad eben. Kannst du mal die Lore bitte zu mir bringen? Das wär echt nice. Dann muss, glaub ich, einer von euch da. Wenn ich da hochkommen könnte. Wollen wir da oben geht's doch bestimmt weiter. Wollen wir erstmal die Sachen unten holen? Wo ist denn da unten noch was? runter springen ich hätte mich an deiner stelle runtergeflogen kannst du die einzelnen an die behaupten wenn die lore in die mitte parks kann der felix mit seinem sei ganz easy da einfach das holen aber wenn du könntest wenn du da naht ein hammer da einsetzen könnte es da muss der hammer hin ich muss irgendwie in die mitte lumi sonst kann ich da unten die das ding nicht treffen das ist nicht gewollt nach rechts ich bin tot und wieder da und kannst du an die spitzen was dran hängen sowas wie eine planke am besten die spitzen nicht die spitzen sind unterhalb von dem platte oder von der rechten plateau direkt unten dran vielleicht so dass wir drauf springen können jetzt noch ansprüche stellen dankeschön ja läuft perfekt teamwork und so müssen trotzdem noch darüber dann muss aber dann muss ich glaube ich auch mit hoch kann das sein weil die wir alle hoch müssen du musst die lohrer steuern mit einem magischen fähigkeiten dass durch maximal ungünstig das steht ja ich war es nicht sorry weiß ich das war ich bin der lore ganz komische ich kann die selber steuern easy das macht er eigentlich hier was machst du jetzt schon wieder der ist schon betätigt ich hätte so gefeiert wenn du dann auch untergeflogen wärst warum macht sie das nicht konstant nach rechts ich hab keine ahnung gift wegpusten gift wegpusten bevor wir da reinfahren ich muss ihm noch alles machen du bist ja der zauberer du bist die kampffigur hier dankeschön habe es weiter jetzt lauft lauft meine tapferen recken zu durch wenn ihr fliegt mal wieder viel zu weit war und wie es da ist das stimmt was da ist 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 da auch noch eine kugel was jetzt wie jetzt nein machen du mit dem dicken stein lassen wir die dicken bälle in ruhe eben die dicken bälle soll das da machen kleine bälle sind langweilig ich habe verstanden deine bälle sind langweilig wir brauchen hier das wasser irgendwie hier drüben ja wenn du da mal weg gehst du dann den rest weiterleitest ja ich glaube jetzt brauchst du viele planken hey lumi ich lasse es gleich warum du hast es auch geärgert ist mir egal ich darf das naja ist klar ich will nicht duschen duschen mache jetzt nur zu weihnachten hör auf in dem wasser wo ist denn das wasser also wo muss es denn hier hin wo wir stehen Wasser muss hier hin da hallo das ist nicht abschützt hier oben das ist schlecht wir können es doch einfach untenrum machen aber wir müssen es einfach untenrum machen ich würde hier mittig würde ich eine kiste hinstellen das hier weg hier eine kiste wo ich bin ich verlängere einfach mit einer planke das jetzt so da mittig das ding hinstellen jetzt egal ich sag nichts mehr nimmst doch nicht ja ja das reicht noch nicht ich habe ja gesagt mit ich die kiste hinstellen kannst du so einen turm bauen dann eine planke oben drauflegen ja das wollte ich gerade machen ok jetzt hüpft die planke doch auch nicht immer einen turm bauen aber alle immer besser wissen was der zauberer macht wie ich warum macht ihr nicht diesen blöden zauberer ja dann mach ich den ich wollte den von anfang an nicht machen warum schlägst du mir vor den charakter zu wechseln wie wechsel ich den dem du Sonja drückst also die zwei drückst jetzt kannst du halt nix machen ne du hast den zauberer wahrscheinlich nicht gelevelt wär so mein guess wird super aber ich kann das Zeug hier umschieben dann macht die Freude jetzt bin ich gespannt was du da machst das versteht mich auch nicht jetzt bin ich gespannt ob das länger dauert als bei mir Papa ich stehe einfach mach bisschen wasser sparte und was im Так fein ich leits aus in aus geht Okay, Felix, ist das so einfach, mit der Digga die Sachen zu steuern, na? Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach, nächste Party kommt bestimmt drei Tage wach. Alter. Wuii, Wasser, ich bringe Wohin. Nein, warum ist hier alles cool? Ich hab's geschafft. Na, Lumi? Die Hälfte von dem Wasser, die Hälfte von der Distanz schon richtig, mit Rumspritzen. Die Hälfte von dem, was man seinen Beinen rumgespritzt hatte, nicht von dir, ey. Ich will wieder wechseln. Nö, nix gibt's, du bleibst mit meinem Zauberer, das höre ich nicht ein. Ich hab ja aber den kaum geskillt. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich hab das Gefühl, unser schönes Team wird vorhin so irgendwie verloren gegangen. Nein, wie kommst du da rauf? Monster schweben lassen, ja, aber sicher. Ja, wenn der Felix immer meint, alles besser zu können. Ja, kann ich auch. Kann ich ihm auch nicht helfen. Wenn wir es noch sehen, ich werde der Meister Zauberer. Felix mit mir meine Zauberer. Warum? Damit wir hier mal weiterkommen vielleicht. Wir sind doch schon nix weiteres. Was willst du eigentlich? Boah, ich kann drei Objekte, kann ich mir hier hinstellen. Ohne Witz ist, ich krieg keine Zwischensequenz, wenn das wächst, weil bei mir glänzt es noch, als hätte es nix abgekriegt. Ich hab Benni. Deswegen merke ich das nicht, dass da was gewachsen ist. Wir sind hier schon. Hier. Hier. Komm Benni, komm jetzt mal mit, damit wir mal weiterkommen hier. Nee. Das springen wir doch nicht hin. Haben wir hier eigentlich alles eingesammert hier unten? Ich meine kein Gesicht, das sieht da seltsam aus. Gibt so aus. Da oben noch irgendwas? Nee. Nee. Benni, ich glaub, du kannst dir da einen Hammer wieder werfen, wenn du... Moment, ich muss es mal hinkriegen, dass ich hier ordentlich springe. Oh, nee. Ich glaub, hier unten kommt noch was. Das springen macht mich fertig. Müssen wir da unten lang? So, ja. Komm erstmal hier oben lang. Oh. Oh, nee. Boah. Nein. Nein, 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 nein. So, wird das. Ich hab's geschafft. Bin da. Hallo. Wo braucht ihr meinen Hammer? Wahrscheinlich hier oben, Benni? Geht das hier? Was? Was? Oben? Oben? Hier? Wo ich die ganze Zeit gegen... Wo du mich die ganze Zeit abblockst. Nee, da ist nix der Hammer. Da kann ich zu meinem Hammer dagegen werfen. Das macht nix dort. Viel Spaß. Oh, jetzt liegt der Hammer da rum. Ja, gut. Auch okay. Danke. Ist er zurückgekommen. Ich brauch einfach ne... ne Platte tatsächlich. Ich brauch einfach ne Platte zum rüberspringen. Oder irgendwas anderes zum rüberspringen. Ich kann die Platte lustig... Mach mal ein großes Viereck und dann spring ich da drauf. Ist auch okay. Ja, das ist n Ben waschmeck. Dann hältst du es da bisschen hoch. Ja, sooo. Perfekt. Und um. Und warum hat die andere das nie geschafft? Ich hab mich doch nicht. Ich bin unten aufgesprungen, wenn ich jetzt von der Seite drauf springen müssen. Ich hab ja noch was gefunden. Moment. Also ich hab's jetzt grad auch geschafft, ne? Ja, toll. Schlaf hier. Schlaf hier. Wack dir eins. Hier geht's runter. Oh. Sorry, ich wusste nicht, dass es hier runter geht. Ach, Lumi. Hey, der schöne Pisteich. Pisteich. Der Kunde geht das Wasser, das ist ja wohl nicht sauber. Ich wollt grad sagen, war's ganz gut. Ist nicht die ganze Zeit schon Level-ups? Post. Post Error. Ups. Wer ist bei dem Level-up? Lumi streamt, aber wir sind ihr egal, also hat sie keine Ankündigung geschrieben. Kappa. Hat Sift grad geschrieben. Bist du in Lumi auch im Chat unterwegs? Ich hab Discord auf dem Handy und kann's halt lesen, wenn ne neue Notifikation kommt. Ach so, Discord. Ja, Discord. Oh, sorry. In den Höhlen hatte Pontius ein paar Pilze gesammelt. Doch haben Soja und Amadeus ihn überredet, sie nicht zu essen. Amadeus hatte sich an früher erinnert, als er in seiner Schulzeit einmal einen Pilztrank gebraut hatte. Das hatte in der Tat kein gutes Ende genommen. Als die Helden aus den Höhlen stiegen, trafen sie auf das erste Licht des Morgens. Eine wunderschöne Morgendämmerung. Es sollte jetzt nicht mehr weit zu Rosobels Schloss sein. Ist das nicht schön hier? So schön. Mh, hier eislos kannst du machen. Ach, du hast dann die gelevelt. Du hast dann die gelevelt, ne? Du hast dann die gelevelt, ne? Du hast dann, du hast dann gelevelt, ne? Du hast dann, du hast dann gelevelt. Ich glaub, hier geht's auch unten hin. Oder auch nicht. Und halt nicht. Hier, komm, da kommt was für dich. Ja, so wird es nie was. Das muss ich gar nicht töten. Das ist nicht böse. Ne? Cool. Ne? Guck mal. Können wir vielleicht drauf reiten? Huch. Das ist ja geil. Die Viecher sind ja trollig. Guck mal her. Äh? Woran freitest du? Die trocken. Die haben einen Krabben, ja? Erstmal ruhig stellen, ne? Das ist voll furchtbar. Das kriegen wir aber wieder den Hälften nicht mit. Das kann die unten aber nicht schießen und nichts, ne? Aua! Die Dinger sind gemähner. Ja, wenn du in der Ecke von der Krabbe stehst, dann hauen die dich. Gemähner als. Es gibt ganz viel hier unten. Ja. Muss mal alles erkunden. Ich kann ja noch keine Planken machen. Aber Lumi, pass auf deinen, deinen Luft auf, ne? Ich hab' gemerkt, ne? Ich kann noch keine Planken machen. Okay, jetzt haben wir alles hier unten. Plastik-Krappe. Oh, ja, ich, 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 ihr hätt' mir auch ein bisschen leid getan. Ich glaube, wir müssen die ein bisschen hier, damit wir drauf springen können, da rüberschieben. Die Fässer? Ja, dann können wir auf die drauf springen. Glaube ich, oder? Brauchen wir die hier? Keine Ahnung. Glaube irgendwie nicht. Au. Vielleicht doch. Wieder rauszukommen vielleicht. Hui! Schieb, 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 mein lieber Pontius. Wir schieben die Fässer zu den Mitgliedern, zu den Freunden. Damit wir mit Fässern spielen können. Ja, mein lieber Pontius, auf geht's, auf geht's. Wenn die ganze Zeit am Singen ist, versteh' ich vom... Ach, wir müssen da hinten das Feuer irgendwie... Hä? Feuer? Wo? Ja, weil das uns antrum klappt. Welches Feuer? Das Feuer, was du grad aufhältst, hält das hier aus. Feuer, Feuer, Feuer. Und da unten ne Kiste lieben lassen. Hates Eis... Na-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-aa. Äh-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Nein, ich bin immer noch der scheiß Zauberer. Der scheiß Zauberer. Deswegen geht es ja so gut. Ja, weil ich jetzt wirklich in Skills mit dem Teil habe. Du kannst den ersten schon skillen. Oh, das kann ich nicht. Keine Sorge. Den ersten kannst du schon skillen. Den ersten kannst du ja auch schon geskillt. Was? Den ersten skillen kannst du schon backen. Ich habe schon viel geskillt, keine Sorge. Ich kann schon drei von diesen Objekten... Links waren aber noch Sachen. Da oben ist auch noch was. Felix, kannst du mal was an das schwingende Ding hier dran pappen, bitte? Was? Hier links. Hier haben wir noch Sachen. Flanke kann ich nie dran pappen. Kannst du auch mal ein Viereck pappen für mir aus. Ist egal. Hauptsache ich kann da dran springen. Komm nur nicht hoch, da bräuchten wir was von Dings. Um 7. Felix. Felix, hier rechts, dann bräuchten wir mal eine Kiste. Einfach dran und loslassen. Dankeschön. Bin gleich da. Hey. Was soll ich, Lumi? Hier rechts bräuchten wir dann mal eine Kiste. Ja, dann musst du jetzt warten, bis der Benni hier... Ich habe es glaube ich soweit. Was ist das? Ich weiß nicht, ob da links noch was ist. Das weiß ich natürlich nicht. Naja, dann bräuchten wir hier unseren Bogentänzer. Was? Was? Ups. Ja, du bist der mit dem Springen. Kann ich springen? Was braucht man denn? Oh, wie habe ich das denn abgekriegt? Das ist ja schwierig. Ja. Ich habe übrigens das Ding, was da dran gepappt war, abgemacht mit meinem Kopf, mit meinem dicken Schädel. So, jetzt müsst ihr mal gucken, wenn ihr jetzt runterfallt. Kannst du mal noch was Neues dran machen? Naja, wenn ihr jetzt runterfallt ist... Ja, es ist ernst nämlich weg. Aber der Felsblock steht da draußen noch drauf. Könnt ihr mal warten? Ja, merkst du was Felix? Du kannst auch die linke Seite bitte machen. Merkst du was Felix? Mach mal die linke Seite, wenn da immer jemand aufspringt, ja? Egal. Ja, Lumi, super. Ey, hier links ist glaube ich nichts mehr. Warum kann ich mich nicht an den Dingern festhalten? Als nicht aus Holz ist. Das ist doch scheiße. Kisten, den nicht aus Holz, kann sich nur an Holz festhalten. Ich glaube das ist alles durch. Drin Teil geht das. Der dritte Teil ist aber auch Kacke. Ich glaube links ist nichts mehr. Also ich würde sagen da ist nichts. So, gekämpft haben wir jetzt schon. Achso, hier ist ja schon der nächste. Über uns ist noch was. Ja oben, da oben, da oben. Komm da aber nicht hin. Braucht da eine Kiste. Ja, ganz toll. Vielleicht die großen, nicht die kleinen. Oh, doofe Bogenschütze hier. Ich komm da ja hin, ne? Da brauchen wir noch mehr. Du musst auch da hoch, Felix. Hier oben ist noch viel mehr. Musst mir irgendwie da glaube ich eins hinhalten, damit ich hier nach links hoch springen kann. Warum kommt eh da alle hoch, aber ich nicht. Jetzt. Du musst der Tasse gedrückt halten. Jupp, danke. 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 Danke.